So meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 1 No Heal Edition, ist schon super ewig her, dass ich gespielt habe. Deswegen habe ich auch gerade null Ahnung, was wir machen wollten. Ja, ich glaube in der letzten Folge sind wir einfach an Harbel krepiert, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Und jetzt wollten wir, glaube ich, die Shandstadt Backdown. So, Shandstadt. Wo gibt's da noch mehr Weg denn? Ja, genau. Ich weiß, wo lang. Wo machen wir die Shandstadt? Machen wir die? Eigentlich wollte ich die machen, aber eigentlich. Eigentlich bin ich mir aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist klar, dass wir in diesem Land schon zu oft gestorben sind. Also allgemein in dem Spiel sind wir einfach voll oft gestorben. Komm mal auf. So. Yo, ihr Boys, ihr steht auch noch da. Cool von euch. Da müsst ihr jetzt, glaube ich, der Pyramon zerstellen. In der Tat. Das Leuchtfeuer ist aus. Ist noch nicht aus. Ah, genau. Wir haben ja auch noch nicht Quellack getötet. Gutes Argument, Leute. Oh, Schweck. Was geht, Alter? Freund. Jumma, gib mir mein Geschenk. Ah, das haben wir schon geholt, ne? Seid immer, ich bin voll perplex, was abgeht hier. Schon so lang her. Drei Wochen. Voll lang. Aber es reicht. Zeck. Hier, Runder. Oh, sind wir hässlich, Alter. Äh. Cool, jo. Ich denke mal nicht, dass wir den brauchen, hier unten. Ah, Junge, ich wollte. Normale Seele. Die Seelen. So, up here. Hallo, hallo. Mach auf. Hier hinten. Das ist ganz cool. Wartet. Wartet, 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 wartet. Da. Wo sieht man den jetzt? Da, bei den Items. Und wo der Drache, da kann man sich übrigens, äh, sehr gut hinstellen, um die einfach abzufarmen. Also, man steht out of range, weil er nur spuckt, so ne Kacke spuckt. Jetzt hat er, man geht da rein in den Radius, dann klatscht er euch auch. Aber sonst, spuckt er nur so ne Kacke und die ist halt extrem gut ausbrechbar, indem man einfach die ein bisschen, ah, nicht beide. Ne, gut. Backstab. Oh, fuck. Hey, schreit nicht so. Aber warum kommen denn beide? Geh. Geh oder komm hier rüber und voll runter. Komm, bitte, Stück. Habt ihr Angst, ne? So fett und ich treffe trotzdem nicht. Alter, das macht ja gar kein Damage. Ja, das macht schon mehr. Nein, ich will den anderen, den, ja. Ah, Mama. Ich bleib schon auf. Nicht gut. Ah, die hat voll viel aus. Junge, der lebt ja noch. Der hat nicht mal mehr an Lebensbalken. Arschloch. Geh mir dann ja auch ein Bügel. Leute, äh, Bordelanes geht ja bald zu Ende. Und, also hoffentlich bald. Also nicht, dass das Spiel scheiße ist. Das Spiel ist gut. Dann, äh, kommt aber bald... Battlefield raus. Dafür wird extrem viel auf Multiplayer kommen. Also für den Multiplayer, weil Battlefield einfach besser. Kann ich den Backstab ohne, dass er mich abfuckt? Nein, kann ich nicht. Toll. Und Bloodborne wird rauskommen. Also in dem Fall dann, äh, Bloodborne und Dark Souls. Battlefield, die Kampagne, die kommt später. Und halt ein bisschen Multiplayer. LOL oder Bloodborne, äh, oder Battlefield. Das wechselt sich ein bisschen ab, glaube ich. Hab ich denn gewechselt? Ich, sieh, man sieht voll nix. Warte mal. Man geht mir das jetzt. Hier lang. Oder? Ja doch, hier lang. Da unten. Da unten müssen wir hin. Nach ganz unten. Ich frage nur, wie viel Damage wir den Homos machen. Oh, wir sind froh. Nein, London, Ruin, schlussend. Okay, warte. Wofür ist der denn? Nochmal. Eigentlich will ich das Gebiet da clearen. Aber eigentlich auch nicht. So, wisst ihr? Von dem, der macht nix, aber gibt einen Haufen Seelen. Dies Gebiet, das ist eigentlich richtig poisend, Alter. Ich hasse das voll. Unter anderem wegen diesen Viechern, Mann. Die sind so wie Tadet. Aber ihr seid ja ganz cool. Aber ihr nicht. Aber wir machen immer noch extrem, wenn ich Damage, aber wir brauchen mal irgendwas cooles. Irgendwas macht die komischen Geräusche. So, ernst. Okay, wir sind tot. Yeah. Ja, wir waren tot. Das ist dieses eine Gift, was ich meine. Poison, das geht einfach in eine Minute, Alter. Das geht so lange. Und das macht aber den Damage. Wenn du dich nicht gegenheilen kannst oder nix dagegen hast, dann bist du einfach Game Over. Traurig, aber wahr. Wir brauchen einen besseren Schwert. Ich mag das nicht. Wollen wir den töten? Obwohl, der gibt uns auch nicht so etwas vom Schwert. Egal, 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 egal. Ich hätte gerne einen Uchikatana. Und ich weiß, glaube ich, wo ich eins herkriege. Aber da müsste ich den Händler töten. Obwohl, wenn ich den Händler töte, ist eigentlich egal. Oh, du bist so hübsch. Oh, ein hübscher Bursche. Oh, ein Schmierfallschrank, verdammt. Ich sag, ah, nee, wir laufen hier lieber runter. Ich habe oben, als ich vergiftet wurde, habe ich erst überlegt, ob ich es schaffe, noch bis nach ganz unten zu rennen. Aber das war einfach... Da habe ich so überlegt, so im Kopf so. Zu langer Weg. Aber die Fat Guys, die töten wir jetzt mal nicht. Und mir habe ich auf die keinen Bock. Für Romantie. Ja, ist nicht schlecht, macht auch extrem viel Damage, aber da musst du halt auch wieder nah ran. Und wenn du dann nicht wirklich was aushältst, dann ist das auch schon wieder GG. Oh, du Kackspast. So, du Kackspast. Oh, du bist eh Kacke. Oh, ich habe so Schiss gehabt, dass er mich doch noch erwischt, ne? Das passiert mir so oft. Jetzt kriegen wir gleich mal 500 oder 600 Seelen, je nachdem, was sie geben. Weil der Typ ist ziemlich bad. Weil der will zu uns und der Klatsch fällt dann einfach unter den Loop. 500, okay. Ah, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. So, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen speedy Gonzales-mäßig zu dem Leuchtfall laufen. Wie der uns immer auf uns schießt, ne? Der Wichser ist das da. Und da schießt der. Der olle Ruhrenbock. Lass mich in Ruhe. Da, habt ihr es gesehen? Sonnenutte, ey. Sonnenutte. Von denen gibt es da voll viele. Oh, warte, ich muss hier raus. Mal eben so by the way. Hey, spinni, hey. Lass mich dich mal eben kurz ein bisschen abfucken. Okay. Dankeschön. So, ich feuer, hey. Hier. So. Kackassi ist hier. Wir rasten nicht. Wir haben nichts verloren. Kein Leben. Oder haben wir Leben verloren? Ne, nicht ein Leben. Nice. Das ist geil. Aber wir müssen doch rasten. Weil ich Dings töten möchte. Den zweiten KI-Entz. Oder will ich das? Ja, doch. Ne, will ich nicht. Machen wir später, glaube ich. Oder? Ja, nein. Rain. Rain, the train. Aber, wir machen das. Das raus, das raus, das raus. Wir haben bitte was davon gekauft. Oder bitte was gefahren. Ah, ja. Giftungs- und halt. Toxic. Ja, genau. Toxic ist das, was die Spaß... Womit wir uns abschießen hier. Ich glaube nicht, dass acht reichen. Ah, bitte nicht, Mama. Bitte nicht, bitte nicht. Ah, verdammt. Oh, shit. Ja, okay. Hat es schon erledigt. Also, wir müssen rasten. Hier lag irgendwie ein cooles Item. Ich weiß nicht mehr. Ich hasse dieses Gebiet. Ich meide das eigentlich. Ich mache hier den Boss und dann gehe ich wieder. Aber irgendwo sitzt ja auch, glaube ich, noch eine Truller oder so. Also, das ist so eines der Gebiete, wo ich mich wirklich am wenigsten mit auskenne. Weil es einfach ein Scheißgebiet ist. Ja, das meine ich. Das macht auch, wenn du ohne Heilenspielst, macht es keinen Sinn, hier hinzukommen. Ohne den Ring, den man aus dem Anführungsgebiet hat. Weil du einfach so justisch schnell stirbst. So. Komm zu mir. Du nicht. Alter, fick doch dein hässlige Kugelmutter, ey. Seit wann macht Spuken Damage, Alter? Nicht dir ins Gesicht, trotz macht es auch keinen Damage. Arschkrampfe, ey. So, fick dich hier. Komm hin. Boah, gedocht. Hast du das gesehen? Da kommt so direkt ein nächstes, ne? Alter, tötest du eins, kommt drei neue. So, wieso krieg ich denn die ganze Zeit? Hi. Perfect. So, ist immer jetzt ein Weg, wo ich nicht vergiftet werde. Aber ich glaube, ich krieg Falsschaden. Da ist genauso unwurf. Junge, never. Alter. Falsschaden. Aquila. Oh. Ich krieg so viel Damage. Ja, können wir schon vergessen. Da ist gut, ey. Boah, wie das laggt in diesem Gebiet. Ich hasse es. Ich will doch mal aufhören, mit dem Bocken zu dürfen. Hohle mal. Ja, so, wir enden dann auch hier erstmal den Part. Und im nächsten Part bin ich dann wieder oben. Oben beim Feuerbahnstrein. Und wir gehen ins Anfangsgebiet und gucken, ob wir uns da diesen Ring holen können. Haut rein, ciao.